Hi, ich bin Felix und ich engagiere mich beim Konzeptwerk für Klimagerechtigkeit. Wir setzen uns für eine Wirtschaft ein, in der der Wohlstand einiger weniger nicht auf Kosten vieler anderer geht, sondern in der alle einen Zugang zu einem guten Leben haben. Dafür wollen wir junge Menschen zum politischen Handeln inspirieren, zum Beispiel auf der diesjährigen DIGROS Sommerschule. Für die Braunkohle werden auch hier im Südraum Leipzigs noch heute Dörfer zerstört. Die Sommerschule findet direkt am Ort des Geschehens statt. Hier in Pödelwitt setzen wir uns Seite an Seite mit den Anwohnenden für den Erhalt ihres Dorfes und für einen schnellen Ausstieg aus der Braunkohle ein. Dafür machen wir Informationsarbeit und informieren die Öffentlichkeit über die Situation des Dorfes. Auch organisieren wir Veranstaltungen zu der Frage, wie ein sozial, ökologischer und demokratischer Strukturwandel in der Region aussehen kann. Kohleausstieg, Klimagerechtigkeit, eine global gerechte und nachhaltige Wirtschaft, alles muss man selber machen. Wir wissen, auf die Parteienpolitik können wir uns nicht mehr verlassen. Nein, es braucht Menschen wie uns, die sich energisch und organisiert für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Sei dabei und mach Klima zu deinem Projekt im Konzeptwerk. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020